Hey Community. Hey Leute. Wow, was für Tage. Die Kampagne läuft. Es ist unfassbar, was uns gerade erreicht an Rückmeldungen von euch. Ganz klar ist eigentlich jetzt schon, ihr kämpft und wir kämpfen. Wir kämpfen gemeinsam. Das ist jetzt schon klar. Und doch ist dieses Video dafür da, um euch noch einen Einblick zu geben. Was passiert gerade? Was machen wir? Was machen wir gerade? Und auch um auf die wichtigsten Sachen einzugehen, die ihr uns als Rückmeldung gegeben habt. Let's go. So. Und hier seht ihr in unserer Entwicklungshalle die Serienvalidierungsfahrzeuge hinter uns. Und daran seht ihr, wie weit wir gekommen sind, wie weit wir schon in der Entwicklung sind und kurz vor der Produktion stehen. Weil was ja jetzt passiert, wir haben 18 von diesen Serienvalidierungsfahrzeugen an der Zahl und die sind überall auf der Welt. Wir haben in den USA ein Sion für Bremsenkalibrierung. In Spanien, bei Ideada, wird hier die Dauerläufe erprobt und Schlechtwegeerprobungen durchgeführt. Wir haben in Schweden für NBH ein Fahrzeug. Wir haben in Italien für Crash-Test verschiedene Bugs. In Deutschland. In Deutschland machen wir auch Testing, right? Und all das machen wir, um den Sion sicher auf die Straße zu bringen. So. Und das ist nur einer dieser Tests. Weitere Tests sind ja, dass wir besonders die Features des Sions testen wollen. Eins davon Solar. Es gibt ein Video, bei dem wir testen, wie performt der Sion, welchen Ertrag hat der Sion an einem durchsichtlichen Tag. Auch mal an einem schlechten Tag, an einem Dezember-Tag. Unter eigentlich schlechtesten Bedingungen, wo es am dunkelsten ist, wo die Tage am kürtesten sind. Um euch zu zeigen, Solar-Integration in Fahrzeuge macht Sinn und es funktioniert. Right. Drei-Phasik-Laden funktioniert. Also drei-Phasik aus dem Sion-Heraus-Laden funktioniert mit unserem biedigrechtzahlen Ladesystem. Da testen wir und laden ein anderes Elektroauto. Und dann das Letzte ist Serientoolings, also sogenannte Serienwerkzeuge. Der Sion ist aus zahlreichen Serienwerkzeugen bereits produziert. Und wir wollen euch zeigen, was da eben dahinter steckt. Auf unserer Website seht ihr mal Bilder und Videos davon, was das bedeutet überhaupt und wie viel Aufwand betrieben wird, um ein Serienwerkzeug herzustellen und um damit dann auch die Fahrzeuge zu produzieren. Hier in unserer Entwicklungshalle könnt ihr gerne vorbeikommen. Wir haben Termine auf der Website. Bucht sie einfach. Macht euch selber ein Bild hier vor Ort. Genau das wollen wir zeigen. Wir haben nichts zu verständnis. Richtig. So, und zu guter Letzt muss man sich auch klar machen, wir haben die Kampagne, die gerade läuft, Save Sion. Und wir haben gleichzeitig die Entwicklung des Sions, die hier weiterläuft. Weil wir wollen ja den Sion schnellstmöglich auf die Straße bringen. Das heißt, das Team ist ja gerade Unglaubliches. An der Stelle auch vielen, vielen Dank an das Team, die das gerade möglich machen. Ingenieure, die gerade hier tagsüber am Fahrzeug arbeiten und abends sich noch einen Telefondienst eintragen und für euch da sind, wenn ihr anruft. Also wirklich unglaublich, was hier gerade passiert. Das ist unglaublich. Also ihr seht, wir kämpfen weiterhin mit dem Sion. Wir geben nicht auf. Geht so viel weiter und wir geben nicht auf. Und jetzt lasst uns aber noch reinblicken, was eigentlich passiert, um euch auch Sicherheit zu geben, wenn ihr bei dieser Kampagne mitmacht. 3.500 Sions in 50 Tagen. Wir sind ja mittendrin und es sind ja auch 3.500 Äquivalente. Das heißt, jeder Euro zählt. Und jetzt hier schon die Rückmeldung. Ist unglaublich. Wir sehen hier jetzt schon, auf welchem guten Weg wir uns befinden. Auf der Webseite seht ihr diesen Counter, diesen Zähler. Und wenn ihr da drauf geht, seht ihr ihn täglich wachsen. Es kommt täglich Neuer dazu. Wir haben schon so viel erreicht. Es sind schon so viele Vollpreisanzahlungen dabei. Unglaublich an dieser Stelle. Richtig. Und doch ist ja so, viele von euch haben uns auch die Rückmeldung gegeben, was ist meine Sicherheit mitzumachen oder auch was ist mein Risiko mitzumachen. Richtig. Und darauf wollen wir ja auch eingehen. Das heißt, an dieser Stelle ist erstmal wichtig zu sagen, bei dieser Kampagne funktioniert es ja so. Ihr macht mit. Und nur wenn die Kampagne erfolgreich ist, wird euer Geld überhaupt eingezogen oder verwendet. Also erst zusagen und später, wenn erfolgreich, dann das Geld auch wirklich zahlen. Genau. Und jetzt gehen wir davon aus, die Kampagne ist erfolgreich. Was passiert danach? Und auch das wollen wir offen zu euch sagen. Natürlich gibt es auch danach ein Risiko. Weil es immer ein unternehmerisches Risiko ist, kann immer noch schief gehen. Ja, euer Geld könnte im Worst-Case-Szenario weg sein. Und wir glauben aber daran, es geht danach weiter. Warum glauben wir so sehr daran? Wir brauchen ja danach noch weiteres Kapital. Und wir glauben daran, dieses weitere Kapital einwerben zu können. Aus zwei Gründen. Das eine ist, weil wir jetzt ja schon sehen, es funktioniert. Wir haben zum Beginn der Kampagne nochmal 30 weitere Millionen am Kapitalmarkt einsammeln können. Es ist ein bisschen untergegangen zum Start der Kampagne. Aber es funktioniert. Es ist einfach nur sehr, sehr viel schwerer in dieser Zeit. Und das Zweite ist, dass wir eine ganz klare Finanzierungsstrategie haben. Wir haben eine Transparenz-Website für Finanzen aufgelegt. Ihr könnt draufschauen. Hier findet ihr auch mehrere Videos, die genau unsere Finanzierungsstrategie darlegen und zeigen, wie viel Geld brauchen wir noch, wofür wird das verwendet und wie wollen wir das genau einsammeln. Genau. Und dann ist es ja auch so, wir haben hier 21.000 Reservierungen. Und das muss man sich auch mal klar machen, dass es ja eigentlich so ist, würden alle mitmachen. Bei dieser Kampagne, dann würde sich dieses Risiko ja auf alle Schultern verteilen. Und jetzt ist noch die Frage, was bekommt ihr, wenn ihr mitnacht bei dieser Kampagne? Ihr kriegt mehrere tausend Euro Rabatt auf einen Sion, wenn ihr jetzt in der Kampagne vorbestellt. Ihr bekommt Sono-Punkte auf jede Anzahlung. Und wir gehen auf Tour. Wir gehen in zwölf Städte mit Probefahrten. Ihr könnt vorbeikommen, ihr könnt euch den Sion anschauen. Ihr könnt euch selbst einfach ein Bild machen. Weil das Wichtigste für jetzt ist, erzählt davon. Teilt dieses Video, teilt es mit Freunden, mit der Familie. Richtig. Jetzt für jetzt gilt es, gerade in dieser weihnachtlichen Zeit, dass viele Menschen davon hören. Hören, was wir mit dem Sion vorhaben. Hören, um wie viel es hier geht. Richtig. Und meine Nachricht an euch ist, wir kämpfen. Wir geben jetzt nicht auf. Und wir gehen jetzt auf.